html und css grundgerüst eine html seite die elemente html und body haben wir bereits kennengelernt die grundstruktur eine html seite beinhaltet aber üblicherweise noch ein paar weitere elemente übernehmen sie für ihre webseite den folgenden code setzen sie ausrufezeichen doc type html immer an die erste stelle es sagt dem browser welcher dokumententyp verwendet wird das html tag bezeichnet den start und schrägstrich html das ende des dokumentes das hat element beinhaltet zusätzliche informationen über die seite im gegenseit zum body element werden diese informationen nicht im hauptbereich des browsers angezeigt innerhalb von hat sollte eine angabe stehen über den zeichensatz metasharset utf-8 wenn sie den zeichensatz nicht angeben kann es vorkommen dass zum beispiel die umlaute ee falsch angezeigt werden vielleicht haben sie gemerkt dass das meta element kein schließendes tag besitzt es gibt ein paar sie sind aber die ausnahme weiter steht dort meist das titel element title der titel wird in der titel leiste oben im browser fenster angezeigt alles innerhalb des body elements wird im hauptbereich des browsers angezeigt ein h1 element bezeichnet die hauptüberschrift untergeordnete überschriften können mit h2 h3 und so weiter erstellt werden alles was zwischen p und schrägstrich p steht ist ein textabsatz auch paragraf genannt nach jedem öffnenden tag wird das nächste element eingerückt mit tabulator oder zwei leerschlägen für eine bessere übersicht dies sollten sie sich unbedingt auch angewöhnen tipp 1 halten sie das html grundgerüst stets griffbereit wir werden es für jede neue html seite verwenden tipp 2 verwenden sie die tastenkombination steuerung s zum speichern und tipp 3 verwenden sie die tastenkombination steuerung z für rückgängig etwas rückgängig machen mit diesen grundlegenden html elementen sind wir nun bestens vorbereitet um unsere webseite auf ein neues level zu bringen der foule ist erweig sind schmerzen schmerzen flipper flipper Untertitelung des ZDF, 2020